Hallo Leute und schön dass ihr wieder hier seid bei ihrem Siegkraft mit der Mistkaiba und der Kräfte 27 genau wir haben hier ein bisschen ungebaut ne ich hab ungebaut ja also ich stand die ganze Zeit eigentlich nur daneben und bin mir hinterhergerannt nein ich bin mir hinterhergerlaufen zwischendurch die Köter ich soll einiger Köter darum ja ist ja egal so das Vieh ist eigentlich sehr schön so ihr hast ja ein Fahrstuhl gemacht damit kommen wir auch direkt in unseren Hightech Superkeller genau und wir haben für die Folge wir haben uns was vorgenommen und zwar haben wir uns all vergessen ja wir wollten eine Schmelze bauen eigentlich ach stimmt ja das war auch mal wenn wir sagen du fangst mit aieren ja was denn da jetzt genau das Ding zu sehen und ich mache die Schmelze mal vorbereiten ein bisschen dann hätten wir zwei Sachen in einem Video und wenn die Leute das andere sehen wollen dass wir sie einfach mal auf den Kanal schauen also also wie man ist Kanalwerbung genau genau ähm ähm tja was brauchen wir denn haha wie stellst du aber auf haben wir einen jaja jaja hahaha oder bauen wir Blas das haben wir nicht ich weiß ja nicht was du ach so stimmt du wolltest ja jetzt mit Dings anfangen ne ich bin nochmal überlegen ob das mit anfangen oder nicht wir könnten ja das ganze auch mit ja Blast furnace glaube ich ist gescheiter aber alles bitte und das Spiel ist gequasht das Spiel ist gequasht ja dann keine Ahnung zumindest nicht gequasht sondern nur außen selber runterfallen du warum sagst du dann gequasht ja ich dachte dass gequasht ist ja mei ich mach mir schon wieder Gedanken um dich also wird's doch nix mit den Furnace und schon wieder komm mal nicht den anderen Crafty-Themen rein schau dir lieber mal ab hä hä du schmeißt mich jetzt auch runter ja hast du ja eingeschaut oder ja ich hab die ganze Zeit in den gequasht hä in welchen habe ich den drin gequasht im linken beim Fenster den ich dachte ich habe im vorderen gequasht nein da werde ich gequasht da habe ich den die Steine aber nicht gehabt und das funktioniert leider nicht ja Schwäfte hat ja für uns heute hier schon mal ein paar EMC-Werte hinzugefügt damit ich ja nicht die ganze Arbeit doppelt und dreifach und tausendmal mache er ist ja manchmal nett dann muss ich den einen der ich hoffe dass das Gegner nicht crasht 15 mal rein und einmal Kambu er stellt schon wieder irgendwas ja dieses Hassler Stahler herstellen hatten doch auch schon mal irgendwas fertig gemacht ja genau da da au wo kam da ein Creeper her was kannst du eigentlich ich kann gar nichts zu tun ja noch weniger ähm an Martin und 15 mal so dann gehen wir mal gehen wir mal rüber Rehburg was da kommt ein Rehfeind eisen raus da soll ja normal dieses Hassler Stahl rauskommen was soll dir früher halt ja ich weiß ja nicht du bist doof also geht das doch nicht scheiße ja ja da müssen wir da planen wie es gibt es gibt wäre dann nicht erstmal an dass nicht funktioniert entziehen und dann die nahe doof dass das doch 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 das heißt doch dann um halt nicht in keiner vorerst arbeit man muss im Präsidium stt stt das hat er mit unseren guten rock russia also das war ja aber wo man immer kommt schon wo man den Herrn scheiß immer an Ich werde auch die Map dann zum Daumen stellen in dieser Folge, in der Videobeschreibung ist der Link vom Modback und zum der Welt. Stimmt, hab ich ja noch ein bisschen Zeit. Äh, muss ich mir auch mal drüber machen. Überhaupt mal. Ja, erst mal überhaupt meine Videobeschreibung anlegen. Also der ganze Stress, die ganze Arbeit. Wenn ich ganz faul bin, habt ihr eben nur den Linken unten drin. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, dann müsst ihr bei Ads schauen. Ja, besser schätzt das nichts auch. Puh. Ja, ich bin einfach irgendwie, ja, man kommt nicht dazu, immer die ganze Arbeit, der ganze Stress und irgendwie. Und das ist mein bisschen faul auch noch. Ja, ich weiß ja nicht mal, wo ich das jetzt genau hinwollen soll. Soll ich das in die Wand klatschen, mitten in den Raum stellen, oder? Ich kann das doch alles nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Du weißt ja schon mal an. Könntest du in die Wand klatschen. Die Frage ist, was wollen wir denn hier alles noch inbauen? Wollen wir nicht. Wenn wir hier die Singularities machen, und dann könnten wir in die Wand den Rest klatschen. Die Frage ist eben, wie viele Rezepte wir jemals machen werden. Das weiß kein Mensch, aber ich denke mal schon ein paar. Dann reißen wir mal hier die Wand. So, ich hab die falsch gebaut. So will ich dich kennen, wirst du ja eh wieder alles automatisieren. Puh. Wie immer halt. Da. Das wird sich ändern. Was denn? Mit dem Automatisieren. Weil wir das Layout bauen, wie wir hatten, ja. Ja, vielleicht machst du das aber so ähnlich wie in den Serverraum. Du musst dir einfach so, einmal den Leer, dann eins freilassen, einmal Leer, eins freilassen. So irgendwie so stehen. So wie wir die Ringe aufgebaut haben. Ja, so wie wir die Ringe aufgebaut haben dann. Welche Ringe? Ich will jetzt alles zeigen. Kriegst du nichts geschissen. Ja, welche Ringe haben wir denn aufgebaut? Ja, die Quantum. Ach so, so wie in Serverraum, ja, also soll ich das jetzt hier mitten reinbauen? Man spür hier, eine Reihe aufstellst, dann hier wieder eine Reihe, dann hier wieder eine Reihe, dann hier wieder eine Reihe, hier wieder eine Reihe, so nach dem Motto. Aber wohin jetzt, weiß ich nicht, das muss doch schießen. So, von Design, eine Idee, nur ich dachte, dass wir hier vielleicht, na gut, wir könnten ja in die Wand das auch mit reinbauen, irgendwie. Damit wir wieder auf jeden Fall einen Bildplatz haben, für mehr Singularity, weil die könnten wir ja in der Mitte dann weiterhinden. Ja, du kannst ja dann noch ein paar größere Raum. Ja, trotz der, dass wir jetzt da vorne zwei haben, dann machen wir hier den Mittelgang dann zu dem Serverraum A. Dann Raum B und C. Ja, die Idee ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, sicher ist das nicht schlecht, das ist meine. Ja, das ist von dir, ist uns nicht schlecht. Naja. Alles würde ich jetzt nicht. Das war jetzt etwas groß hier ausgehoben, aber Platz brauchen wir sowieso. Dann ist das Schild 5x5 ausgehoben, so kann ich. Ja. Ja, so in etwas sieht's aus. Bist du gar nicht da. Das krieg ich Angst. Ich mach das Schild in Ordnung rein. So in etwas sieht's aus. Aber nur einmal. Einmal geklickt. Was sagst du jetzt? Am Winkum, ich hätte etwas zu kriegen. Weil auf jeden Fall, dass unser Haus hinten steht wieder auf. Also. Ich mach mal scheiße. Glaubtest du wieder mal. Glaubte ich wieder mal. Du glaubtest du viel, das gibt's doch gar nicht. Glaub doch. Bei Roller. Doch, bei Roller. Stimmt, wie hat man das überhaupt aufgebaut? Mein Gott, alles so lange her. Stimmt, so sah es in etwa aus. Bitte hat sich's raus. So, das muss er da unten rein, gell. Scheiße. Ich hab mir keine Ahnung, was du machst. Bei Roller. Bei Roller. Bei Roller. Ich glaub, ich brauch nur wirklich mehr Räume, weil, ja. Ist nicht wirklich viel Platz. Das kann ich dir nicht sagen, ey. Das ist wirklich, ne, das wäre doch die Frage. Ey, keine Ahnung, Mensch. Mensch, Junge, was ist los mit dir? Was ist los mit dir, Juri? Juri. Ist er wieder. Juri Gadhari. Der erste Mann auf dem Mars. Weich. Juri. Jetzt geht der Scheiß. Jetzt geht der Scheiß. Ja, Output. Genau, jetzt geht's. Juri. Jetzt geht's, jetzt. Juri, du hast es geschafft. Yeah, Juri. Ey, ich bin glücklich auf dich. Ich bin voll glücklich über dich. Juri, ich schon wieder kein EMC-Wert habe. Juri, nix funktioniere. Ganz scharf. Kein EMC-Wert. Ja, dass sie sich mal wieder rausgesetet haben. Juri. Die Fehler, weil die auch schon 10. Mal heute alle ist. Verstehe, Juri. Juri. Der Nett ist auch gut. Juri. Ah, dann haben wir geguckt, dass... Versuch mal ein bisschen frischig hier den Berg aufzuschütten. Und... Gut, der Rockcrusher... Ja, der Steam kriegt auch noch nix, weil der hier noch läuft. Brauchen wir mal Import-Jest. Import. Export und Import. Export und Import. Was? Also, nehmen wir schwarz. Dann haben wir sie gesagt weiß, gell. Ja... Ich denke, wo müssen wir den ganzen Scheiß sortieren auch ein bisschen. Obwohl, wenn wir das so bauen, dann kriegen wir hier gar nix hin. Willen wir anders bauen. Krieg nix hin. Krieg nix hin. Krieg nix geschützt und davon viel. Ja, hier also am Tag, da muss ich schon ganz schön viel... Pff, bin oft kacken, ne? Ja, wenn wir die Redmatter gebaut, bin mal gespannt, wie die hier abgeht. Wie die Luzio, oh, nicht. Seitdem hat er dreimal so reißen soll, ne? Welcher Redmatter? Ofen? Ne, die ist ja spitze, okay, oh, mit der kann ich nicht mehr rechtsklick abbauen. Oh je je je. Wenn das für Fusch. Wenn man meinen Hammer hat, so. Was bestimmt du am Werk. Einmal ist dreimal drei. So. Dann... Juri! Juri, Albers, was ist Juri? Was ist mit dir los, Juri? Weiß ich selber nicht. Ich hab seit ein paar Tagen solchen Ausschlag und... Valum, Valum, was hast du gemacht, Juri? Warum? Valum, 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 ja. Valum, äh, Valum, ich selber nicht fisse, Valum. Sprich mit mir, Juri, was ist los? Was ist los? Ich versuche hier, das zu bauen, aber ich habe das hingekriegt am Tage. Und deshalb versuche ich das jetzt in der Nacht, Juri. Juri, 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 komm bald wieder, bald wieder nach Hause, Juri. Aber passt das überhaupt so, wie ich das hier gebaut habe? Du weißt, was du machst. Ich hoffe es ja nicht. Ist da. Ey, bin mir dran. Kann man einen Ender chest auch in der Wand öffnen? Ja, passt. Gute Frage, gute Frage. Weiß, 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 selbst nicht, ähm, ob wir das wirklich so gebaut hatten, aber wenn nicht, dann funktioniert es nicht. Juri. Weil irgendwie, ich finde das so, ähm, wenig. Ich werde mal gucken gehen, was du da machst. Wir hatten es 5x5, glaube ich, oder? Ja, bin mir gerade so umschlüssig. Für mich gerade bei 3x3, das sieht alles irgendwie so schlecht aus. Ich weiß auch nicht. Ne, in der Mitte hatten wir 4 Interfase zusammen. Ne, 2 haben wir hoch. Halt dann mal kurz überlegen. Hä, ich auch. Nein, 4, 4 Interfase hatten wir in der Mitte. Wir hatten 4 Interfase in der Mitte und außen rundherum dann, das so wie du hattest. 5x5 hat mehr. Ne, 6x6 ist es dann. Wir hatten 4 in der Mitte. 4x4 ist es dann. Nein. Doch. Ja, doch. Ja, ja, stimmt, ja. Ja, und mal die Decke rausreißen. Warte. So hatten wir es wirklich, ja. Die kamen wir gerade mit mir draußen. Dann sieht alles irgendwie so gekloppt aus und dachte ich, frag dich mal, Juli. Juli, bitte los. Juli? Juli. Juli, ich habe keine Redstone mehr. Juli. Bist du nur fomentet? Warum ist der nicht aufgebaut? Juli, wir haben ein Problem. Oh, Quascha. Juli, ich habe hier gerade schon wieder auf. Achso. Gibt es da ein Steam-Corsche auch? Ja, ich weiß nicht, was er tut, aber wird schon werden. Ja, der Ofen, das war das Team, Ofen, der mit Steam funktioniert, der Corsche funktioniert mit der Alf. Ach. Geht es natürlich nicht, das, was ich immer vorgestellt habe. Brauche ich da am besten dann so eine RF-Engine? Wer ist denn, ne? Ne, ich weiß nicht, was der Laverscheibe ist. Mit schon passen. 80 RF-Botik kriegt die zusammen Steel-Platten, haben wir Steel. Ich bin nicht dabei, das. Ich weiß nicht, das ist voll hier schlechter Raum, weil überall komme ich hier wieder raus. Also weg, das ist mir. Ja, dann halt nicht. Ja, ich weiß nicht, wie breit ich den Rang ist. Ja, eigentlich reicht es, wenn ich den Zweier mache, dann passt das auch. 3, da passt das ganze Layout so schlechter. Ich glaube, du wirst das schon irgendwie hinkriegen. Wenn nicht, ist mir auch egal, du wirst das schon machen. Juli, ich schaff das schon. Juli macht das ordentlich, Juli. Ja, das sieht zumindest schon mal etwas mehr nach unserem Design dann aus. Ich muss ja sagen, wir bauen ja nicht das erste Mal diesen Mist hier. Nein, das haben wir schon gebaut in Team Secret. Nein, in Minecraft reloadest du, Depp. Ja, Mai, ich bin ja deine Lieblings, die nicht verstehst. Ja, ich verstehe es schon, aber das solltest du dir in der Schuhe merken. Kann man den 3x2 aufbauen? Die Frage ist, na gut, das reicht eigentlich schon, wenn dann tun wir so eben noch mit Overclocker-Upgrades vollpumpen. Beim anderen, da muss man ja dazu sagen, hat man hinten dran an jedem Interface extra noch einen Molekular-Assembler. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. So ist es auch wieder nicht. So ist es auch wieder nicht. Du willst ja auch nicht alles so so schnell haben. Bist du eher der ruhige Typ? Na gut, eher nicht. Also wenn man was falsch macht, dann schreckt dich. Dann gibt es... Da gibt es saures. Davor solltet ihr schon Angst haben, also letztens, da hat er mich geschlagen. Ja, voll in die Fresse. Ich muss es hier sagen, er steht gerade neben mir mit der Pistola, wenn wir mich töten. Ja, Mai, ich sätze auch. Jeder, das, was er verdient. Nein, dabei ist es immer so gelassen. Es ist locker. Nein, ich kann er sich. Ich habe die Bank überfallen und ich wollte es hier umbringen, Meister. Ja, Mai. Alles wird gut. Jetzt fällt mir gerade die gute Müt ein, die Let's Play machen will. Wir wollen, wir wollen, wir müssen lästern. Hat man das nicht mal gesagt. Ja, so meinst. Und da fragst du uns noch, ob sich hier mitspielen darf. Ja. Ender-Fluid-Konduit, die Hälfte gibt es sind. Aber warum kriegt er kein Steam raus, bin ich doof? Ja, Mai. Weil der Play bist. Und ich versuche hier schon wieder irgendwie scheiße, Terraforming zu betreiben. Und ich weiß sowieso, wie das scheiße aussieht. Nur deine Reimchen. Das ist eben... Hallo, hallo, hallo. Verschwinde. Da. Always active. Extrakt. So. Extrakt. Always active. Steam geht nicht raus. Jumai. Was ist denn Steam, ist das eine Flüssigkeit oder was soll das sein? Das ist Dampf, wenn er aber als Flüssigkeit in der Hand hat. Ja, dann weiß ich nicht, was ich falsch mache. Sag ich mal bei dir vorbei, Lücken. Bin ich einfach zu doof. Juhu, 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 Juhu. Juhu, Juhu. Kannst da nichts hin? Wodou sein. Kann ich dir da oben hin klatsch? Wird auch nichts. Und den Konduit. Wo ich abgebaut habe. Ja, ich... Juhu. Meine... So, also, äh, so, jetzt Anfrage eines Abends. Ich brauche unbedingt eine neue Maus. Bitte spenden Sie Geld. Ja, also, was ist jetzt ein Problem? Ja, ich will lieber die vertreiben damit. Ja. Kriegen aber kein Steam. Ja, weil du eine Pipeline brauchst. Ja, da hast du eine Pipeline. So, und jetzt? Musst du recht konfigurieren. Oder, oder, ja, kann es sein, das ist nicht doch, die hatte ich ja von unten. Konfigurier mal richtig. Willst du mal konfigurieren. Extrakten und der soll inserten. Genau. Und dann, ja. Ja, mei, irgendwas, irgendwas spinnt hier. Ja, der hat das Ding. Warum kommt das Geld nicht raus? Aber ich würde sagen, das war's für die Folge. Wie ich sagt, ein Download-Link in der Videobeschreibung von unserer wunderbar schönen Duki-Duki-Welt. Genau, und wir sind da, wenn wir da nochmal schnell in der Kiste haben. Und wir sehen Sie dann nicht mehr. Ja, ciao. Ciao. Ciao.